willkommen mein name ist an die rolle in meiner messe barriere zurück zuletzt play mario luigi ich habe dich mein ding war irgendwie noch aus mein controller muss ja ich muss erst so zwei dreimal drücken bis jetzt passiert ja wir haben ludwig roy und wenn die erledigt ja gut okay machen wir weiter da weiß ich jetzt auch nur wo ich gerade im kc auf mein pc und ich jetzt vielleicht nur zwei verwechselt ja so viel oder einer ist der letzte da wusste ich das sind noch wir haben wir haben morgen wir haben ludwig wir haben wenn die roy und lemmy haben wir auch larry ist der letzte ja genau wo es mit mir gewechselt kannst du es wagen warum ich habe mich noch ich habe mich noch nicht letztens zu verfehlen und da ist mir direkt eingefallen ich schwöre ja ich glaube dir kein wort kommt der ja also ich muss sogar noch mal drücken ich habe meine ausrüstung wechselt aber das perfekte hammer ja verteidigung ja du musst auch schon was drücken ach ich kann immer ding ist okay würdest du bitte loslassen niemals niemals okay wir wollen noch fertig werden ich dachte er wird dann automatisch irgendwie musst du mit dem platt gewalt ist ja hast du nicht gesehen ging die war gar nichts irgendwie so effektiv doch feuer ist auch sie effektiv aber wir brauchen ja mehr angriffe für die ja also steuert heute machen immer die ob sagt er schon wieder eine woche her okay 1 irgendwie gerade meine reaktion ist es gerade die eines wenn es überfahren ja irgendwie schon weil sie nicht geht auf dich also auch ja auch ich dachte das ist 2 2 1 ap er möchte doch nur dein freund sein um es geschafft 1 1 2 zufalls schien schon wieder ja wir haben ja so viele probleme lassen kam ich um den starten wir uns den gesehen luigi kick verdammt hier weg da hat sich dann so genau machen macht lieb der ultimative so ich muss ja auch noch mehr fünf minuten dann komme ich wieder rein nein man wirft der ding wenn man das ist immer das war nicht was ich ein bisschen nervös macht ja man weiß ja nie war dann aber ich dachte kommt noch mal zurück den erwarte die schnappen wir uns 71 ja da habe ich auch gesehen meine fehler aber ich werde ja nicht auswendig der lab macht mich an macht mich mächtiger noch mehr geschwindigkeit er hätte nicht mehr als letztes an das ist mir gar ich brauche mehr angriff du bist noch niemals so stark wie dein berater 105 da war krass ja das kommt dann wo wir uns die letzten langer weg aber ich muss rennen ja schieb mich schieb mich alter zweit ich muss nicht schlagen wenn man schon wieder trennen ja wir müssen uns trennen ja voll kompliziert das nimmst du da und was dann kompliziert noch gar nicht so zu kommen muss ich jetzt wirklich kommen ja du hast kleinere beine geht schneller ja genau vor allem deswegen ich habe kleinere beine du bist zu klein für diese welt und kann sich auch nicht drauf bringen zu klein für die welt das gibt es da nicht das im ungegen alles da muss ich ernannt du musst wieder schwächer werden sonst kann ich doch niemand mehr aufhalten also du musst gestoppt werden ich will aber nicht dass er mich stoppt und ich bin das möchte ich in der welt wo ich glaube sie da kommt dann kommt dann auch in dem schwächer bunt ja ok und außerdem da steht es doch der wies zimmer oder hast jetzt gerade etwas anderes erwartet ich habe du sagst nichts falsches ich habe irgendwie mit genauso nichts ich glaube ich weiß nicht was passiert ist aber ich glaube der ist jetzt voll pissig auf dich weil ich ein tennis gewonnen hat oder war ich den feuer bei ging es sich geworfen wahrscheinlich deswegen sowohl als auch ja komm den schnappen wir uns allein 80 wie sollen wir das nur schaffen ja ich frage mich gerade ich habe perfekte haben wir verteidigung aber ich glaube ich wechsel da wieder zu dem bad es ist doch wieder zu dem plan ja irgendwie sauna drücken aber seine verteilung wurde gesenkt gut gemacht das ist eigentlich wenn er da beim zweiten dingen adrucks dauer ich glaube ich soll es sich ja genug ne ja ich kann mir mal was mein günstiger sonst nix liebe kinder man könnte sich ja sonst nix es dauern weg jetzt geht weg und wir sind enttäuschend dass diese schwach sind da liegt wahrscheinlich daran weil du ständig deren verteidigung senkst ja trotzdem ich meine ganzen anderen was wir haben noch bisher viel mehr ausgaben ja so wir können weiter weil man noch die hauptrollen ja das sind nicht mehr viele hauptischen nur noch genau die hauptischen ja und ihr wisst was es kommt die schnappen wir uns ja okay nuss und ein pilz und ein speicherpunkt was also bedeutet das ist okay bei uns erst im lava kanal gehen wir mal den einordnen wieder bitte ja und ich werde uns auch auf beide aufgesteller auch so wir sind schon gehalten worden ja nach dem boss kampf hatte ich glaube ich immer braucht man deinen item fänger dingen überhaupt noch ganz eigentlich nicht aber kannst du ja gleich auch irgendwas auswechseln ja richtig und laba kanal so was kriegen wir noch mehr hosen von dem wir schon zehn stück so weit sind wir also schon gekommen endlich kann ich zeigen was ich kann an einer zeit und was und hat sein rock ist recht kamera auf einer bühne wie dieser im rand nicht zu stehen aber eigentlich ist es es ist doch meine verdienst das look mehler wieder lebt und dazu habe ich noch vieles mit meinen eigenen händen erledigt und das heißt dass der kampf mit mir ist eigentlich der härteste also keine langen worte vor ihrem herzen kampf und ein wie donner wie feuer machte keine sorgen ist nicht der stärkste ja er hat gedacht eigentlich nur auf gewicht das hätte ich ja auch sagen können mario was ein bisschen zugelegt in den letzten jahren ein paar stöten paar dollar blüder können wir nicht direkt angreifen egal wie oft du das machst das ergebnis wird gleich was macht dann kommen wir raus kontern das macht ding erst kaputt machen ho Farm drauf klopf klopf klopft wer ist da mädere look miller was weiß ich auch ob ich nehmen daran bad fresse esse da müssen wir zwar machen beruf das ist unsere chance den schnappen wir uns das ist gut oder das ist gut online ist nicht wirklich ganz es kann uns dann mal noch mal 36 46 jetzt haben wir dich dazu gemacht wie noch mal wie noch mal wie noch mal wir müssen dann können wir erst angreifen also deswegen ist herausgekommen ja neben das bad fresse da mein hammer ein scharne ja jetzt super super spezial schwung ich glaube ich habe gold geklaut ich habe das gefühl wir sind ein bisschen überlevel hat habe ich etwa verloren das ist wohl das schicksal gestehen wir die niederlage ein deswegen schießt auch noch auf den männer einmal nicht aufpassen alles ist verloren das ist das leben das ist das leben ihr werdet zusammen ohne land untergehen und hat man auch mal glück verlebt man schließlich alles was man selbst nicht acht gibt auf was man selbst nicht gewinnt man mal verliert man aber moment setzt sich an länger engeren hebe ja warte wenn wir sagen um die lava oder so die in der luft ich stehe schon wieder eine schuld also bis später flippt ja also wir haben krankfried und larry ausgeschaltet fenster zu machen das gute idee was sind was jetzt auch eine gute idee ist es zu speichern und zu beenden weil denn der nächste part ist tatsächlich das finale alles klar aber erst mal werde ich noch werde ich mir selbst noch den kraftgriff geben weil weil was anderes kann ich ja kann ich halt nicht gebrauchen das war das war das ist so gespeichern jetzt und bänden den part dann sehen wir uns nämlich jetzt beim nächsten mal am finale das wirst du großes tor ausgezeichnet ja deswegen sagen wir tschüss und auf wiedersehen